Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist Eure Yonanda und ich bin hier mit einer neuen Tagesenergie. Dein Tag beginnt jetzt. Die Uhrzeit spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist so ein Energieimpuls für die nächsten 24 Stunden. Es kann sein, dass du da schon mittendrin steckst. Es kann sein, dass diese Energie auf dich zukommt oder du sagst, das war gestern. Zeit ist relativ, die fließt miteinander, nicht nacheinander. Und ich begrüße alle, die gerne wieder mitfließen möchten. Ich bedanke mich auch bei allen neuen Abonnenten fürs Abo. Damit macht ihr mir eine Riesenfreude. Das ist für mich eine sehr große Wertschätzung, weil dann bin ich es ja wert, dass man mir ein Abo dalässt. Und ich begrüße natürlich auch alle alten Hasen. Und wer gerne neu dazukommen möchte, mit dabei sein möchte, hier ist wirklich jeder herzlich willkommen. Ja, und schon starten wir in die Karten. Wir beginnen heute mit den Lenny-Karten bei Ciroc Machetti und schauen mal ins Irdische. Weil die Energie wird uns da heute durchgegeben. Wir legen ja immer so von unten nach oben, so vom Weltlichen. Und dann schauen wir mal, was stehen da für Kräfte drüber. Ups. Jetzt wurde Anna. Okay, da bin ich mal gespannt, was es gibt. Ich habe noch nicht alle gesehen und mische aber die anderen erst nochmal untereinander. Äh, nein, die anderen, die alle, alle. Ich habe nicht alle gesehen und mische alle erst nochmal untereinander. Genau, so könnte es was werden. Und es beginnt mit den Wolken, dem Sarg, den Ruten, dem Fuchs und dem Schiff. Also um es ganz kurz ist sofort durch die Botschaft, ein Gewitter reinigt die Luft. Passt auf. Allein die ersten drei Karten sagen alles aus. Hier kracht es ganz gewaltig. Also entweder betrifft es dich selbst und heute entlädt sich eine Energie. Weil der Sarg und die Wolken, äh, der Sarg und die Ruten stehen immer für einen heftigen Streit. Und mit den Wolken wird das Ganze nochmal unterzeichnet. Allerdings ziehen die hellen Wolken auf den Sarg. Das heißt auch, es ist nötig. Also hier darf es auch mal richtig krachen. Es ist gut, wenn sich hier die Energie mal entlädt. Weil damit wird vielleicht auch eine Wahrheit ausgesprochen. Die, äh, Schwanzspitze von Foxy zeigt nämlich auf die Ruten. Und das ist ganz, ganz wichtig, ne. Also vielleicht hat sich hier was angestaut. Und, äh, man hat inzwischen schon einen Megahals. Und dann kommt heute so der, äh, berühmte Funke, der ein Fässchen zum Überlaufen bringt. Und dann entlädt sich das, es bricht alles aus einem raus. Und dann ist es aber auch draußen. Und dann kann es wieder in ruhigeren Wässern mit dem Schiff weitergehen. Also hier kann wirklich, also, das kann ganz einfach ein Wutausbruch sein. Ähm, vielleicht auch einfach, dass sich in dir eine Energie anstaut. Du bist heute ganz einfach, äh, auf Krawall gebürstet, ne. Das kann natürlich auch jemanden betreffen. Vielleicht sagst du auch, ich bin das gar nicht. Das ist mein Gegenüber oder so, ne. Es kann aber auch hier um etwas gehen, was sich schon lange so zusammenbraut, ne. Wie die Wolken, die sich so am Himmel schon dann so langsam verdichten. Und dann kracht's einmal ordentlich. Man sagt aber wirklich, was man denkt in dem Moment. Und dann, äh, kann man wieder da, äh, mit einem Cooldown aus dem Tag herausschippern, ne. Also, das ist eine ziemlich, ähm, kloßglockenklare Botschaft. Wir schauen jetzt mit dem Traumerbe-Tarot weiter, auch von Ciro Machetti. Und ihr findet, ähm, ich sag's halt immer mit dazu, weil es sich so gehört. All meine verwendeten Kartendecks, inklusive Link in der Infobox, also Link auf die Seite. Und alle Karten sind im Handel natürlich erhältlich. So, also hier kracht's. Das haben wir jetzt schon mal mitgekriegt. Und, äh, welche Energie steht da drüber? Mhm. Aha. Mhm. So, da haben wir das Rad des Schicksals. Dann haben wir den Hierophanten und die Neun der Münzen. Die haben wir in letzter Zeit auch oft. Also, mit dem, mit dem Rad des Schicksals ist es jetzt ganz einfach an der Zeit, ne. Also, ähm, etwas folgt einer Bestimmung. Man könnte auch sagen, dass das irgendwann mal aus dir oder vielleicht auch aus jemandem, ne, ne, dass du sagst, ich schau die Legung und, äh, ich stelle fest, das ist bei Person XY so, dass sich das irgendwann entlädt. Das war klar mit dem Rad des Schicksals. Die Mühlen haben gemahlen, ne. Die Mühlen haben schon die ganze Zeit gemahlen. Und es gilt aber jetzt mit dem Hierophanten, der hier als Glaube dargestellt ist, ähm, das Ganze wirklich vertrauensvoll zu betrachten. Dass man wirklich weiß, das sollte jetzt so sein, das hat seine Bestimmung und das war wichtig. Der Fuchs sagt ja auch, ne, hier wird die Wahrheit gesprochen. Auch wenn die vielleicht unangenehm ist oder hart, es ist aber die Wahrheit, ne. Und mit dem Hierophanten, äh, kann man, äh, hier wirklich darauf vertrauen, dass Gott am Ruder sitzt und dass diese Situation oder dieses Entladen auch herbeigeführt wurde, weil ganz einfach jetzt die Zeit gekommen ist und mit der Neun der Münzen war der Augenblick günstig. Ne, die, die Neun der Münzen steht ja für einen günstigen Augenblick. und, ähm, als ob, ähm, hier etwas spontan passiert, wo die da oben sagen, jetzt, ne, Feuer frei. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass das jetzt hier mal rauskommt, rausbricht, rausgelassen wird, wie auch immer, jetzt, ne. Das ist so ein Go, ne. Der, die Zeit ist günstig. Der günstige Moment von denen da oben wurde ganz einfach, äh, herbeigeführt oder genutzt, ja, ja, vielleicht wird er euer Ball geführt, ne, aber, ähm, hier soll etwas so sein. Jetzt schauen wir noch mal mit den Engeln und Ahnen, was da in höchster Instanz drüber liegt. Das ist heute auch so kurz und knaggig. Wir sind erst bei sechs Minuten. Yes, nee. Also, so schnell war ich ja, bin ja noch nie, muss ja, hast du schon fast sagen. Naja, noch sind wir nicht fertig. Moment, ich brauche hier mehr Platz. Ach, Gott. So, die Engel und Ahnen bei Kyle Gray. Das ist jetzt die höchste Instanz, die drüber steht. Hoher Priester. Spanne mystische Kräfte ein. So, ihr wisst, wie ich zu der Karte stehe. Ähm, ich ändere die immer um für mich, äh, und gebe euch weiter. Bitte himmlische Kräfte um Hilfe, ne, weil, ähm, die, die himmlischen Kräfte lassen sich nicht einspannen. Ne, ne, die kann man bitten, bitten und es wird euch ge, äh, bittet und es wird euch gegeben oder bitte und es wird dir gegeben. Und, ähm, es geht hier auch um die Intuition und um eine ganz klare Ausrichtung. Ne, also, ähm, die Energie folgt der Absicht, würde ich mal sagen. Das ist das, was in höchster Instanz drüber steht. Ähm, man darf sich hier führen lassen und es geht hier wieder darum zu vertrauen, dass das, was sich hier im irdischen, im weltlichen, in 3D entlädt, einer höheren Bestimmung folgt und man kann auch, wenn man es möchte, hier schon mal vielleicht vorbeugend darum bitten, dass man durch diese Situation gut durchkommt, ne. Und auch hier, man sieht ja hier die Katze, die ja sehr beobachtend ist, ne, die ist auch sehr aufmerksam. Also, dass man die Energien auch beobachtet und, äh, ja, dann kommt man da auch gut durch, durch die Turbulenzen des Tages, ne. Das ist ja hier der Knödel in schlanker Gestalt, ne, also, ähm, das Ganze folgt hier nur Bestimmung und ich habe auch das Gefühl, dass das einfach notwendig ist, ne, so die Wende in der Not ist. Das ist, also, bei mir kommt rein, dass das, was da sich zusammenbraut, eine wichtige Energie ist, die eine Kurskorrektur ermöglicht, ne. Das ist hier auf dem Ozean, ähm, vielleicht in eine ganz neue Richtung weitergeht. Und, äh, jetzt fragen wir noch die Runen, klare Kante. Welche Rune liegt denn auf dieser Energie, die hier auf dem Tisch liegt? Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Und zwar, ich habe sie auch schon, äh, hier, da haben wir es sogar, ich habe es gerade noch gesagt. Ich habe gerade noch gesagt, ähm, dass das, was hier geschieht, notwendig ist. Das ist die Wende in der Not und zack ziehe ich die Naudes, ne. Das ist ja die Rune der Not. Also, äh, es ist auch die Rune, die ganz einfach, äh, einen Strich durch die Rechnung macht, ein Weg wird hier beendet und eine Kurskorrektur ist möglich. Es ist genau das, was ich eben gesagt habe, weil diese Naudes-Energie, die habe ich hier schon gespürt. Das ist hier auch ein wichtiger Stopp, ne. Vielleicht ist es auch so, dass eine andere Person dir schon sehr lange zu nah tritt und, ähm, bewegt sich schon länger auf dünnem Eis und heute entlädt sich das Ganze und du kannst hier auch ganz klar eine Grenze setzen bis hierher und nicht weiter. und schickst eine Energie zurück in ihren Tanzbereich, ne. Das ist wie bei Dirty Dancing. Das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Und, ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn Menschen respektlos werden und sich Dinge anmaßen und jemand anderem ganz massiv über die Schwelle treten, ne. Da sollte man wirklich dann sagen, bis hierher und nicht weiter. Genau. Und das ist die Naudes, ja. Hier wird auch eine Energie möglicherweise in ihre Schranken verwiesen und zurückgeschickt. Und, ähm, das, also, das kam hier gerade volles Brett so rein und genau so ist es auch, ne. So ist es und so bleibt's in enge Hose reibt's. So. Das wäre ich da als Energie. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, auf wen die zutrifft. Aber egal, was kommt. Et küt wird küt und et hätt noch immer jod hier jange, ne. Also hier nimmst du ein gutes Ende. Sei unglaublich intuitiv und vertraue, dass die da oben das schon ganz genau so eingefädelt haben. Ja, ähm, da würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder. Dicken Kuss. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer JunandaTV.